Bei Katja und Anna ist alles gleich, bis auf die Zahncreme. Beide putzen sich täglich die Zähne. Erst bei näherem Hinsehen erkennt man, Katja hat Verfärbungen. Anna hat Odolme 3 Samtweiss. Die gibt ihren Zähnen sanft ihr natürliches Weiss zurück. Anna nimmt Odolme 3 Samtweiss, auch wegen der Dreifachprophylaxe. Gegen Karies, Parodontose und Zahnsteinneubildung in einer Zahncreme. Die Dreifachprophylaxe für natürlich weiße Zähne. Odolme 3 Samtweiss.